Deswegen auf die Kollegin Sevim Dasselen von der Fraktion Die Linke. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass das Hohe Haus ein so bedeutendes und bedeutsames Thema wie die europäische Außen- und Sicherheitspolitik wieder einmal im Schutz der Dunkelheit behandelt. Die Regierungsfraktionen CDU, CSU und FDP haben gemeinsam mit SPD und Grünen alles, wirklich alles unternommen, um eine Debatte über die parlamentarische Kontrolle der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Selbst bei der Behandlung Ihrer eigenen Anträge, meine Damen und Herren, einigten Sie sich auf ein vereinfachtes Verfahren ohne Debatte, als ginge es hier lediglich um Bagatellen und nicht um die zukünftige Ausrichtung der deutschen Außenpolitik. Sie, meine Damen und Herren von CSU bis Grüne, die so gerne von Demokratie reden, versuchen hier im Bundestag eine Tradition zu etablieren, bei der Entscheidungen über Krieg, Sanktionen, Rüstungsexporte und Auslandseinsätze als Protokolldebatten geführt werden. Das macht Die Linke wie bei ihrem klammheimlichen Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien nicht mit, meine Damen und Herren. Und der Kollege Spatz, der Kollege Spatz von der FDP-Fraktion hat es letztens auf den Punkt gebracht, wenn auch nur zu Protokoll. Es gehe, so meinte er in seiner Protokollrede, ich zitiere, letztlich doch um die Perzeption elementarer Sicherheitsbedürfnisse, bei der die Bevölkerung mitgenommen werden, Zitat Ende, soll. Ja, es gehört eben leider doch zu einer Unsitte der deutschen Außenpolitik von Joschka Fischer bis Guido Westerwelle, dass das Schüren von Ängsten und Bedrohungsszenarien auch die Rechtfertigung eben einer kriegerischen Außenpolitik herstellen soll. Und hierin scheint auch die einzige Sorge der CDU-Fraktion um das, wie sagte Herr Kollege Kiesewetter, das zarte Pflänzchen Gasp, also die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, das drückte er damit aus. Um diese Sorge geht es Ihnen anscheinend. Und unter Kontrolle der gemeinsamen Sicherheitspolitik versteht der Kollege hier nichts anderes als die Stärkung, nicht die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, sondern eben die Durchsetzungskraft deutscher Interessen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik. Meine Damen und Herren, im Vertrag von Lissabon werden den nationalstaatlichen Parlamenten wie auch dem Europäischen Parlament parlamentarische Kontrollrechte in der EU-Außenpolitik schlicht verweigert. Und das wissen Sie ganz genau. Und solange dieses Demokratiedefizit in den europäischen Verträgen selbst nicht beseitigt wird, fordern wir, die Linke, die Gründung einer interparlamentarischen Versammlung zur Kontrolle der GASP und auch der GSVP. Allerdings nur dann, wenn damit eine wirksame und umfassende parlamentarische Kontrolle auch gewährleistet wird. Und dazu gehört für uns gerade auch ein Ablehnungs- bzw. ein Zustimmungsrecht zu allen Maßnahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, zu allen Missionen sowie der Verhängung von Zwangsmaßnahmen sowie Sanktionen. Und dies unabhängig eben von den Rechten der einzelstaatlichen Parlamente und auch unabhängig von den Rechten des Europäischen Parlaments. Und eine solche Versammlung muss auch Stellungnahmen vom Europäischen Auswärtigen Dienst, von der Kommission und auch vom Rat erbitten können. Für uns ist auch weiterhin zentral, dass die Vertretung für kleinere Fraktionen sichergestellt werden muss in dieser Versammlung. Und wir schlagen auch deshalb vor, dass sich die Zusammensetzung dieser interparlamentarischen Versammlung nach dem Vorbild der parlamentarischen Versammlung des Europarates einfach richten soll. Und wieder einmal, wenn ich zum Schluss kommen darf, wieder einmal will die Linke eine echte parlamentarische Kontrolle alleine. Und sie steht damit leider im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen, die es vorziehen, mit Placebos hier zu arbeiten. Ich bitte Sie deshalb um die Zustimmung für unseren Antrag, weil auch Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich nicht weiter entmachten sollten. Die Entscheidung über Krieg und Frieden, wie auch die Entscheidung über Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien, darf, meine Damen und Herren, keine Entscheidung eines geheimen Kabinetts mehr sein. Vielen Dank.